Bisschen 6 zu 4, aber jetzt erstmal der nächste Fight-Teleport kommt, der Buddy-Bullet-Time ebenfalls. Stark gespielt und sofort der Turn von Yooka, jetzt kommt Unicorn dazu, der Burst-Damage ist gut, aber Indeed hat richtig viel Damage, Unicorn macht Rambazam in der Backline, wird angegangen, Flash draus, der Flash von Indeed, hinterher die nächste Kralle geht daneben, der Damage gegen Unicorn reicht trotzdem aus und der Shutdown geht an Crown. Und wie gut ist bitte dieser Swain Paik in diesem Spiel, die Analyse hat es mehrfach erwähnt, Annika war begeistert und Indeed ist er einfach in der Demonic-Form drin, ist Unkillable, macht AoE-Damage, trifft seine Slows, trifft sein Neverwalk und man belohnt sich mit dem ersten Infernal, Drake auf dieser Map, 2000 Gold!